Du musst jetzt gehen, jetzt! Snow... What the fuck? Aber eins muss man dem Spiel mal lassen. Der Soundtrack ist schweinegeil. So richtig geile 80er-Synthi-Sounds kommen immer gut. Ja, ein toller Wachmann. Na gut, der schläft ja eigentlich immer. Also egal. What the hell was going on down there, Bigby? Abusing a prisoner like that. I thought you could control yourself. I thought you were dead, Snow... And that makes it okay? Keine Ahnung. I hope it was worth your time. Wieso zur Hölle? Lebt sie jetzt wieder? Ja, wie? You're gonna have to explain this because I'm really not getting it yet. After our conversation in the taxi last night, I got a call from Toad. He said his son found the body. We thought it was Faith at the time. Getting her back here wasn't easy. But hopefully we'll find something on her to help us track down the killer. I should have been there, Snow. I tried calling the business office, but there was no answer. I couldn't find you, or anyone. So why do you have to tell me? Why do you have to tell me? About what he saw? I thought you would. He's waiting upstairs. I just... I feel responsible in a way. She looked just like me. And maybe that's why she was killed. If someone wants you dead, at some point they'll realize they missed their target. And they'll come looking for me. And why she was glamour to look like me. I mean, that's what it is, right? So, what's our next move? I'll just keep doing what we do. We do our jobs. And I'm supposed to do what? Sit around the business office twiddling my thumbs? Waiting for the big bad wolf to solve all my problems? That's not what I meant. Well, then what did you mean? I told you, I'm tired of sitting around. I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. I just want you to be careful. I almost lost you once and... I'm not yours to lose. Kannst ja gerne mitkommen zum TJ, wenn du willst. Hätte ich nichts dagegen. Sorry. I know it's dangerous, but I'm not helpless. I can take care of myself. I've been doing it for centuries. TJ is waiting inside. He was so freaked out last night. He wouldn't tell us much. Even now. He just stops talking all together after a certain point. He's pretty shaken up though. TJ is sowieso im Büro. Dachte, der ist in meiner Wohnung oben. What? What? Just be nice, okay? Always nice. Wo ist der kleine? TJ is over there. I don't know if you want to talk to him first or after, but let me know when you're ready to see the bar. I want to be there. Bufkin and Kapsen. Of course, Miss Snow. Bufkin and Kapsen. Of course, Miss Snow. Bufkin and Kapsen. Of course, Miss Snow. Bufkin and Kapsen. Maybe this has been harder on him than I thought. Was sind denn Antazits? Sind das irgendwie Kopfschmerztabletten oder Antidepressiva oder irgend sowas in die Richtung? Brrrr, keine Ahnung. Oh ja, ist das Buch wieder. Gibt's hier irgendwas Neues? Oder sind das noch immer die alten Sachen? Nö, nö, nö. Ja, das kennen wir schon, kennen wir schon. Nö, 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 nix Neues dabei. Also dann. Mal wieder ne runde Gequatsche. Also, check out anyone who fits that profile. You might start with Bluebeard. Right away, Miss Snow. Are you ready to examine the body now? Aber immer doch. Oh mein Gott, ich habe es fast vergessen. Na ja, wo fliegt der hin? Ja, Toad und TJ müssen noch eine Weile warten. Zuerst will ich mir gerne den Körper ansehen. Ich hoffe mal, das geht dann noch, dass ich die dann später noch befrage und ich jetzt keinen Scheiß gebaut habe. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, das werden sie ja hoffentlich schon so geregelt haben in dem Spiel. Ach, da ist der Kopf. Wow. Ja, das ist ziemlich abgefahren. Hä, was zeigt die nach rechts? Oh, ah. Okay. Sind, naja, sind verfesseln. Ah, Gott. Nasse Pischspuren. Trackmarks. Ja, Bigby, jetzt ist kein guter Zeitpunkt zum Flirten. Hat die was in der Hand? Oh, die gute alte Leichenstarre. Soll ich so brutal sein? Naja, sie ist ja schon tot. Ja, da muss es ein bisschen knacksen. Ja, sorry. Was ist es? Flowers. Ja. Okay. So, nochmal zum Kopf. Was ist das hier? Eine Brosche? Na, was soll das zeigen? Na, wir könnten ja wieder mal ein schlaues Buch gucken. Na, wir könnten ja wieder mal ein schlaues Buch gucken. Was solltet ihr machen, wie ich mich? Was solltet ihr nicht concehlen? Was solltet ihr tun, wie trackmarks? Das Brötchen, auch. Warum würde es alles ändern? Ich habe nie gesehen einen so schlaues. Es könnte ein schlaues. Nur um den jobbeten zu bekommen. Die Wälder auf der Gäste wissen, was sie machen. Das ist warum sie so viel kosten. Unless jemand machten glamourer illegal. Es ist nicht technisch illegal, Miss. Es ist nicht in der Lage, für sicher. Ja, spitze. Äh, boah. Jetzt erst mal Schnittwunde angucken. Es sieht so aus wie Faith's hat. Hat Dr. Swinehart immer wieder zu dir über Faith? Nein. Er sagte, er wollte mehr Tests laufen. Na gut. Wenn die Neckwunde die gleiche wäre, könnte es auch ein Rippen in ihrer Mütze sein. Oh, toll. Leichen im Mund herumstochern. Nichts. So, es ist nicht genau die gleiche. Kannst du... ...hier Mütze? Danke. Gut, war jetzt zwar ein bisschen makaber, aber ich fand's trotzdem irgendwie witzig. Du bist richtig, diese Knöpfe sind falsch. Ich wundere... Was? Snow, mindest du, wenn ich, ähm, die Kälte öffne? Bigby, lass mich das machen. Aber es muss gemacht werden. Oh, Crane funkt wieder mal dazwischen. Oh ja. So was haben wir hier? Wir haben hier mal die... Taschen, noch mehr Taschen... ...und die Unterwäsche. Gut, das hier ist wieder mal die... ...Halsverletzung. Naja, jetzt erstmal Taschen durchsuchen, bevor wir an die Unterwäsche gehen. Was ich bei einer Leiche nicht unbedingt machen will. Was ist das? Es ist dein Perfum? Wie... ...wenn du... ...wenn du... ...was Perfum ich benutze? Du kannst das nicht schlafen, Nuss. Auch ich sah die Bottle auf deiner Tasche. Sieht aus, dass jemand es für sie ausgesucht hat. Also... ...was... ...gave ihr Instruktionen. Äh... ...brrrr. Also das Zwirn? Nein. Irgendein... ...geschnitztes Holzteil, oder? ... ... ... da soll einfach irgendein Bild ergeben, Moment mal, so sehe ich es besser das hier unten, dann ist ja der Vogel hier schon mal korrekt nein, das passt so nicht so passt das auch nicht dann kann ich das irgendwie drehen dass ich ein bisschen mehr sehe davon denn so finde ich das jetzt ehrlich gesagt gerade ein bisschen suboptimal Moment, jetzt gucke ich mal eins, zwei zweimal eins, zwei ja so, was haben wir hier? Sind das Haare? Das sieht aus wie Haare und das auf dem Foto sieht aus wie Snow und da haben wir auch noch ein Bildchen von dir Stell sich jetzt die Frage wer zur Hölle hat Zugang zu deinem Apartment My sister and I don't talk much anymore Who did this, Bigby?